Und das ist Maxi Gnauck aus der DDR. Wer dem Firmen zu Hause ist, kennt sie nicht. Viertbeste Vornote, also auch sie noch mit Chancen auf Treppchen zu kommen. Gut gelungen, dieser Überschlag. Und dann in der zweiten Flugphase eine halbe Schraube, dann ein Salto rückwärts gebückt. Da kommt der Überschlag, sauber, dann die halbe Drehung, jawohl, aber die Beine ein wenig auseinander. 9,87 Punkte. Mit 20 Jahren ist Maxi Gnauck, die älteste Turnerin, hier in diesen Finalwettkämpfen. Und welche Erfahrung sie mitbringt, das hat sich gestern gezeigt, als sie nämlich bei ihrem ersten Sprung fast auf dem Kopf gelandet ist. Aber den zweiten hat sie sehr sicher in den Stand gebracht. Und jetzt, auch das ist sicher gut gelungen, dieser Überschlag mit einer halben Drehung und einem gestreckten Salto rückwärts. Maxi Gnauck aus Ost-Berlin. 9,8 für den zweiten Sprung, die Mittelnote 9,838 und damit liegt Maxi Gnauck auf Platz 2. 9,8 für den zweiten Sprung hier sein. 8,87 coach. 18,7ichte. 10,80 tempo morale. 10,90. 17,90 seit 18,83 am London muss dieentar вещи über die Ladelskampagne auf quota endet. olaas sanit Ian.